Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 Handel-Edition. Frau Barossa, ich hasse es euch zu schlagen, wenn ihr vor mir kniet. Aber der Lombard-Bund ist auch der Meinung, dass ich der bessere Kaiser bin. Tut mir leid. Das ist jetzt nicht der Ernst. Jetzt verrät uns dieser Heinrich Todl schon zum zweiten Mal. Oder dritten Mal. Alter, dieses Würstchen. Ich bin sichtlich schockiert. Wirklich wahr, was ist mit dir eigentlich? Du hast da keine Zeit zum Trödeln. Du sollst da Gold und so. Ich borg mich mal drei von euch aus. Ihr müsst mir da jetzt helfen. Und zwar, wir müssen da die Schotten dicht machen. Das geht so nicht. So. Dieser Heinrich. Alter, dieser Heinrich. Ich könnte ihn eine klatschen. Echt so ein Trottel. Entschuldigung, aber ist ja wahr. Na. Weißt, manchmal, manchmal weiß man einfach nichts mehr zu sagen. Das sage ich ganz ehrlich. Ist ja scheißlich. Echt, wenn ich das mal so sagen darf. Unfassbar. So ein Würstchen einfach nur. Ist ja unfassbar. Können wir hier irgendwas entwickeln? Nein, uns fehlt ja noch ein bisschen Holz. Ich möchte nämlich gern Schiff. Brauchen wir noch Schiffe? Ich habe keine Ahnung. Aha. Da kommt was. Meine Damen und Herren, bitte. Geht's Vollgas? Damen und Herren, ist gut gesagt. Wie auch immer, auf den Schiffen ist die Mitte. Ne? Was denkt man es verjausnet? Gut. Welches Zeitalter haben wir? Imperialzeit. Was? Natürlich Paladin und so, ne? Nicht Trottel. Was? Alles. Alles gut. So. Die beschützen hier wieder weiter unseren Hafen. Ist er jetzt fertig? Dass du sollst, ja? Wo sind meine Arbeiter? Was haben die da nicht? Der hat jetzt da ernsthaft meine Arbeiter besiegt. Na, da kann man nur gezählt wünschen, ne? Ja. Bubere. Ich glaube, ich mache das schräg und so, ne? Ich glaube, ich spinne. Wir brauchen noch zwei Dorfbewohner. Bitte, ja. Na, trefft's was? Ich soll's treffen? Hey, hallo? Wieso treffen die denn nichts? Ist ja gefällt. Buhere. 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 Dann darfst du schon mal anfangen, hier die Türmchen zu bauen. Buhere. So. Buhere. 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 So, würde ich sagen. Da haben wir noch einen. Ja. Oder einen eh, besser gesagt. So, dann hier ein Türmchen. Da ein Türmchen. Hier auch eins. Und gut ist. Äh. Bitte, macht's dir doch kaputt. Komm. Roll einfach mal da hin und rauf da. Oder macht's den halt platt. Ist ja wurscht. Kommt. Boah, der geht mir auf den Nerv, ne? Fast. Endlich ist er hin, der Krüppel, ne? So. Ihr könnt's wieder da bleiben. Bist jetzt endlich einmal hin. Ja, Gott sei Dank. 30 Jahre später. Aber es hat doch noch hingehauen. So. Ja, der Dom ist auch hin. Ich freu mich. Schön. Du kannst dich verschüssen wieder. Passt hierhin. Ähm. Weiterhin Armee aufbauen. Aha, ihr drei seid's fertig. Passt. Ihr könnt's bei Gold weitermachen. Da brauchen wir eh Leute ohne Ende. Nahrung, Gold, 600. Mhm. Warte ich noch ein bisschen. Ich werde jetzt da anfangen, einfach mal alles fertig zu entwickeln. Und dann tun wir Armee aufbauen. Momentan sind wir, glaube ich, eh recht gut geschützt. Hoffe ich halt. Also schauen wir mal, wie's weitergeht. Aber auf jeden Fall mal da Gold abbauen. Das ist sicher nicht verkehrt. Da können sie schon mal ordentlich Gas geben. Ja, natürlich. 800 Nahrung und Holz. Das haben wir. Unbedingt den Kanonenturm entwickeln. Den brauchen wir hier. Der kann uns auch gut schützen. Und uns gut helfen. Ja. Dann werde ich auch hier beim Hafen vielleicht hier so eins, zwei, drei vielleicht aufbauen. Das wäre sicher nicht verkehrt. Oder hier so in dem Halbkreis. Das wäre noch besser. Dann können alle drei gut treffen. Hoffentlich, dass sie was treffen. Ist ja nicht immer selbstverständlich. So, ja. Immer schön entwickeln, bitte. Ja, genau. Hier tun wir auch weiter bei den Mönchen. Paladin, glaube ich. Uff, geht noch nicht. Da haben wir viel zu wenig Gold. Ihr da, ne? Ihr schaut's auch nicht so schlecht aus. Und bei euch hier. Bogen, Schützen, Dingens. Das geht sich auch noch aus. Passt. Dann ist wieder Pause. Dann kommt hier schon mal der erste Kanon-Turm hin. Ich könnte ihn ja schon mal. Ne, und so. Wo wäre. Jawohl. Passt. Dann bauen wir. Oh, was fehlt denn? Steine fehlt. Oh, oh. Steine fehlt. Hm. Da werden wir zwei vielleicht dafür einteilen. So. Oder warte kurz. Wo seid ihr zwei? Da. Ich stell's ganz am Rand lieber hin. Oder so. Ich mach's lieber so, dass man auch vorbeigehen kann. So, ja. Aber eigentlich ist das eh genug, oder? Der kann hier und hier mitschießen. Das wird wohl passen. So, ich geh jetzt wieder Holz arbeiten. Die machen das, den Stein. Das passt auch. Wir haben genügend Häuser. Das passt auch. Entwickelt ist ja auch so ziemlich alles. Schau, das wirkt schon, ne? Bam. Dann haben wir hier. Das gehört auch entwickelt. Nahrung und Holz. Holz fehlt noch ein bisschen. Aber das haben wir gleich. Oh, uh, bitteschön. Wer ist da zerbrochen? Ein Schiff ist draufgegangen. Aufgegangen. Ah. Da. Du kannst schon mal eingehen, Gedrustel. Sag ich dir, mein Freund. Was? Weg ist er. So, neue Felder. Gerne. Ne, Damen und Herren. Mö, 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 mö. So. Wir könnten auch ein bisschen Essen verkaufen. Dann haben wir schneller Geld. So. Dann würde ich vorschlagen. Das ging jetzt gut, ne? Das mit den Belagerungswaffen. Würde mir gefallen. Aber da fällt jetzt Holz. Da muss ich aufpassen. Hier sind wir soweit fertig. Da sind wir fertig. Hier. Was haben wir da noch? Zinnen entwickeln. Reichweite. Vier Burgen. Wenn Infanterie einkortiert ist. Ne. Aber da. Das da will ich haben. Dass sie 33% schnell entwickelt werden, die Leute. Jetzt wollen wir noch ein bisschen essen. Und dann passt das schon. Bitte sehr. Ja, das schaut gut aus, glaube ich, hier. Ah ja. Da traut sich keiner mehr ran. So, ja. Passt. Da wird brav gewirkt. Das ist schön. Ding Dong. Aha. Da will wer ein neues Feld werden. Du da. Okay, bitte. Ja, ich glaube, das passt gut. Wenn bis der Wald da fertig abgerodet ist, glaube ich. Ich glaube, das passt schon. Das schaut ja nicht so schlecht aus. Uh, da haben wir auch noch Gold. Das muss ich beschützen um jeden Preis. Da sind noch ein paar Bären. Aha, da kommt ja keiner mehr ran, ne? Außer hier ist noch... Dingens. Das ist schön. Da haben wir mehr als genug Ressourcen. Passt. Den Paladin können wir auch schön entwickeln. Was haben wir hier? Theokratie entwickelt. Um einen Mönch der Gruppe braucht... Ach so, braucht nur mehr einer... Genau, braucht nur mehr einer Ruhe. Ja, das nehmen wir gern mit. Bam, bam, bam. Das geht noch nicht. Nahrung fehlt. Na, ja, ja. Ja, ja. Wir haben... Wir sehen alles. Wir sehen alles. So, ja. Bald haben wir alles fertig entwickelt. Wobei, so schön langsam. Ich meine, Holz haben wir ja genug. Da können wir ja schon mal ein paar Armbusschützen basteln. So zehn oder so. Dann können wir auch ein paar Armböckchen... Ah, warte mal, 300 Nahrung haben wir auch. Das entwickle ich auch gleich mal schnell. Die Armböckchen werden wir dann auch bald bauen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja, ja. So. Gleich sind wir soweit. Gleich sind wir soweit. Jawohl, hier, was haben wir da? Illumination. 50% schneller erholen für Mönche? Gerne. Unbedingt. Gerne, gerne. So, ja. Genau, das müssten wir auch noch machen. Da fehlt uns jetzt noch ein bisschen Nahrung. Zumilete Deutschritter. 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 Ein Deutschritter. Daralam, daram, daram, darm, 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 darm. Deutschritter. Oh yeah, oh yeah. Ding, dong. Ah, du gehst ja gleich drauf. Glaubst du, du kannst gegen unser Tümpchen was ausrichten? Nein, du bist es, Thomas Schatz. Ja, schau. Da hast du wohl Pech gehabt. So, ja. Das ist auch schon fertig. Was haben wir hier noch? Glauben entwickeln. 50 Widerstand gegen Bekehrung. Oh, war. Nahrung brauchen wir da noch. Und, wow. Gold, das ist teuer. Ai, Karamba. Da wär's mir schon fast lieber, wenn wir unser Militär jetzt aufbauen. Na du, warum haben sich denn die Ritterlands da nicht entwickelt? Halt, wer schießt da auf wen? Da unten, Schöner. Wir sterben, du blöde Schiff. Ich glaub, ich baue da gleich mal einen Kanon dorthin. Ungefähr, würde ich sagen, da so her. Passt, weg ist er. Du dämliches Schiff. Bam, 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 bam. Ich mach einfach mal ein paar Paladine, die werden uns schön helfen. Die Gegner werden bald ihr blaues Wunder von wegen uns erleben. Yeah. Und dann, und dann. Dann schauen sie. Blöd aus der Wäsche. Ja. Mhm. So ist der Plan. Oh yeah. Haben wir noch was übrig? Nein, was fehlt? Gold. Nö. Gold. Wie viel? 100. Bisschen noch. Dann baue ich da noch einen Kanonenturm hin. Das müsste schon passen. Hoffe ich mal. So, jetzt aber. Nein, falscher Turm. Den da. So ja. Einfach. Einfach so. Boom. Jetzt ist es nah, ne? Ihr Schweine. Ja, ja. Da verreckt sie leider unsere Fisch-Kuterlis. Ja, aber wenn der trifft, ne? Dann ist es soweit. Würdet sie bitte. Die müssen da was reparieren. Boom. Boom. Na, hinwachen. Boom. Jawohl. Ha, ha, ha. Und? Boah, daneben geschossen. Aber so schief daneben schießen. Jawohl. Flickmann. So. Der ist bald fertig. Präpariert. Jaja, die Arbeit immer noch brav. Das passt so. So, ist fertig. Passt. Bitte noch den Turm fertig bauen. Und dann dürfte man ja einen recht guten Schutz haben. Hoffe ich mal. Dann könnt ihr noch den Turm da reparieren. Passt. Und dann könnt ihr wieder Holz sammeln. Oder ich schicke euch zu Gold. Das ist besser. Ich glaube, es ist besser, wenn ich euch zu Gold schicke. zum Goldabbau. Und. Kommt. Ich glaube, das passt schon. Komm. Fertig werden. Hopp. Na los, wird's fertig. Hey. Jawohl. Passt. Und auf zum Gold. So. Da haben wir schon eine recht schöne Armee. Schön langsam. Ein einziger Mönch. Fünf von denen. Und Deutschritter werden noch ein paar nicht schlecht. Dann brauchen wir noch ein bisschen Gold. Bissere Gold noch. Aber jetzt sind hier wieder zwei Leute mehr. Das wird jetzt schon. Aha. Warte, ich schicke dich da oben hin. Ich hoffe mal, dass es passt. So. Dann gehst du halt hier hin. So. Das wird schon passen. So. Jetzt haben wir schon alle Platz. Irgendwie. Schön wäre eben noch, wenn das eine Vorkommen da weg wäre. Dieses hier. Vielleicht kann sie da mithelfen. Ohne dass jemand im Weg ist. Schauen wir mal. Ich müsste. Ich hoffe halt schon, dass es geht. Dann tun wir noch ein bisschen Essen verkaufen. Weil ich sehe gerade, da haben wir was im Überschuss. Ein bisschen. Fein. Da warten wir noch ein bisschen aufs Essen, bis wir 1200 haben. Und dann können wir auch schon die Deutschritter weiterentwickeln. Zur Elite-Deutschritter. Na los. Hopp, hopp. Macht's hin. Jawohl. Geht schon. Oha. Ist zu weit weg. Freilich. Boah, das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Da wäre vielleicht gut, noch einen zu bauen. Hier hin vielleicht. Boah, da hat sich was fertig entwickelt. Boah. Das wäre auch noch gut entwickeln. 600 Dingens. Aber da fehlt wieder Nahrung. Und dann wird ein bisschen warten. Jetzt trauen die sich nicht mehr ran hier, oder was? Feiglinge. Das war echt eine gute Idee, da oben alles dicht zu machen. Jetzt könnt ihr schon versuchen, hier bei uns einzubrechen. Und uns da einen Schaden zuzufügen, da wird nichts draus. Nichts wird da draus. So. Na und so. Jetzt sagt es bloß, ihr erreicht das wirklich nicht. Kann ich da nicht noch irgendwas entwickeln, damit ich besser treffe? Das gibt's ja nicht. Gibt da noch irgendwas? Nö, nicht wirklich. Schade. Da wäre gut, den Hafen hier zu platzieren. Ehrlich gesagt, das ist voll fies. Müsste ich gerade da noch einen Turm herbauen. Ich hätte so schön ausgeklügelt gehabt, wenn nichts ist. So. Mal los. Kaboom. Und kaboom. Wenigstens ein Schiff. Da geht gar keins drauf, ne? Ja, ne? Hä, hä. Triffst du heute auch noch was? Das schaut nicht aus. Das finde ich gerade echt gemein, dass das nichts trifft. Ah, jetzt macht mal jemand. Oh. Das geht ja reparieren gehen. Ja. Das klappt super. Das klappt richtig super. Geht sich hier noch... ...noch ein Turm aus? Das scheint zu wirken. Fein. Na, großartig. Ähm. Dafür suchen sie ein paar Deppen. Ihr kommt da nicht rein. So, ja. Okay. Ähm. Dann werde ich hier noch ein paar Deutsch-Schritte bauen. Noch ein paar von denen hier. Und vielleicht noch fünf hiervon. Ich hoffe, dass es reicht. Vielleicht noch zwei hiervon. Und dann hoffe ich mal ganz stark, dass wir genügend Streitkräfte haben. Und uns da... Oh. Jawohl. Und erreichst du den auch noch? Spitze. Super. So passt das. Aha. Da ist ein Feldarbeiter arbeitslos. Das geht gar nicht. So. Das Bevölkerungslimit ist erreicht. Ich würde gern... Ich mach mal die da kaputt. Nur ein paar. So. Nur mal um zu schauen, ob... Ich meine, ich lass die dreimal. Ich glaub nicht, dass ich sie brauchen werde. Weil da oben müssten dann eh schon die Gegner sein. Beziehungsweise tue ich mal einen Speer vorschicken. Ob man darunter... Ob es da unten auch noch was gibt. Aber ich glaub nicht. Das wird hier alles da oben sein. Und deshalb... Und deshalb... Denk ich mal, werden wir gleich mal loslegen. So, passt. Hier geht's wieder zum Holz. Ja, Holzer. Das passt ja so. Passt. Dann marschieren wir mal los. Wir müssen ja eine Stadt quasi... Sag ich jetzt mal... Unser eigen nennen. Und dort müssen wir ein Weltwunder bauen. Das heißt, wir brauchen Ressourcen. Ich will auch nicht, dass der Wald hier verschwindet durch unsere Feinde. Den brauchen wir da nämlich. Ja. Also, wir gehen das Ganze jetzt mal an. Aber Mist, der Party ist auch zu Ende. Naja, was soll's, ne? So, wir stiefeln da mal rauf. Beziehungsweise lasse ich die Paladine schon mal vorstürmen, dass die schneller metzeln können. Der Rest kommt eh nach. Ich seh kein Problem. Na, bitteschön. Ah, da haben wir einen Triebock. Der muss zuerst weg. Schau dir die Schweine an, wie die da schon einen Triebock herstellen, ne? So, weg damit. Da haben wir Paladine ein paar. Ah, das ist ein Triebock. Alter, das ist schwer, ne? So, der muss weg. Perfekt. Dann müssen die Arbeiter hier weg. So, der nächste Triebock muss weg. So, unten haben wir auch einen. Der muss auch weg. Schön da bleiben. Schön da bleiben. Schön da bleiben. So, der muss auch weg. Schön da bleiben. Schön da bleiben. So, ja. Der Triebock muss weg. Ihr reißt schon mal hier das Tor ein. So, der Triebock muss weg. So fast. Der muss auch weg. Perfekt. Die Arbeiter müssen auch weg. Okay. Mutter haut sich hier mal ab. Schön sammeln, bitte. Hier. Schön sammeln hier. Und einfach mal denen hier die Arbeit überlassen, ne? So. Bitte. Wir müssen jetzt hier die Schützen. So. Wo ist denn eigentlich der Mönch? Der hat schlägst du hinterlust am Mordet-Wand. Kann ich mir halt wieder mal vorstellen. Alter. Schweine. Vorsicht, da kommen Bösewichte. Vom Herrn Heinrich. Mit dem Arschkrampen. So. Bitte schön ins Tor. Jawohl. Jetzt können sie hier, ne? Euch austoben. So. Jawohl. Wir bauen schnell ein paar Ramböcke neu. Beziehungsweise schicken die Leute hier nach. So. Vielleicht zurück. Passt. Das ist erledigt. Dann hier zuerst. Der Stall ist gleich zu erledigt. Was? Dann hier weiter. Wir könnten hier eine Abgrenzung machen, ne? Aber ich fürchte, dass das Dorfzentrum, ein Dorfzentrum, sage ich, das Heldunter halt so gebaut werden muss, dass es in der Nähe von einem feindlichen Dorfzentrum oder so ist, denke ich jetzt mal. So, inzwischen können wir es weiterbauen, also vielleicht hier noch zwei, dann hier noch zwei, na, zwei, hier vielleicht noch fünf. Hm, dann hier vielleicht noch zwei. Und die schicken wir dann wieder rauf. So. Wie schaut's da oben aus? Hier schon welch gut. So, ihr haut's da mal bitte ab. Ein bisschen abhauen. Ich bin natürlich mal da rum. So, wieder. Ja? Ich mache das hier kaputt. So, ja. Na, das ist der Kick. Na, das ist schön, wenn wir gut machen. So, die Sieböcke ist schön, wenn wir gut machen. Die Part müsste ich jetzt auch mal beenden. Wir reißen das natürlich ein. So ist dein. So. Ihr kümmert euch inzwischen sogar auf den Wohnen. Ihr versucht hier noch ein bisschen was einzureißen. Wir kommen mit Nachschub. So. Ah, da oben ist die Burg. Alles klar. Ihr kümmert euch bitte mit um die Burg. Ihr haut's da mal ein bisschen ab. Da können Sie bitte rumarbeiten. So machen. So, ja. Was, Kachanga? Wer wird da zerstört? Ach so. Ja, ja. Der kann sich da billen ausdoben. Das macht nix. Ich müsste da um das Wasser und rum was aufstellen, ne? So. Ich werde den jetzt einfach alleine losschicken. Dann sind die anderen ein bisschen schneller. Boah, ey, ne? Da wäre echt jetzt schon gut, wenn wir Nachschub kriegen. Ja, dies war. So. Hallo, willst du aufhören, da meinen Arm zum Bock zu beschädigen, du Arsch? Okay, vergiss es. So, hierhin einfach, hierhin einfach. Wir geh jetzt einfach da hinmal. Wir brauchen dringend Einheiten. Das mach ich noch schnell. Die steck ich mal in Auftrag. So. Vielleicht so gleich. Passt. Da kommt ordentlich was zusammen. Na, fein. Ähm, das hab ich vergessen zu entwickeln. Sehe ich gerade. Nahrung und Holz. Das haben wir. Wah, komm, ein bisschen Holz noch. Ein bisschen Holz noch. Jawohl, jetzt passt's. Jetzt wird's schon entwickelt. Dann machen die ihr Schaden. Das hab ich Brot komplett vergessen, ne? So baut ihr das da hin. Seht's hier wahnsinnig. Da gibt's kein Marktkahn. Verstanden? Also kein Marktplatz. So, ja. So ist schön. Ihr bekommt's neue Felder. Na, gleich. Gleich kriegen's neue Felder. Zuerst müssen die hier mehr Holz sammeln. Naja, egal. Egal, jedenfalls. Im nächsten Tag geht's hier weiter. Wir greifen schon mal frisch-fröhlich die ersten Feinde an. Und werden hier dann vielleicht da so ein Bett runter klatschen. Hier machen wir die Hüren schön zu. Dann dürfte uns auch nichts Schlimmes passieren. Hervorragend. Hervorragend. So, ja. Da oben schaut's gut aus. Ja. Ich warte noch, bis die Furcht dahin ist. Und dann passt sie. Ist gleich nämlich besiegt. Und ein bisschen noch. Und Kachanga. Perfekt. Da ist sie kaputt gegangen. Fein. Und somit werden wir den Part für heute beenden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.